Willst du sie nicht kontrollieren? Ich vertraue dir. In Deckung! Inspektor Lee, Sie haben genau sehen können, dass der Flüchtige ergehung sich in der Straßenbahn eine weibliche Geisel nahm? Wieso haben Sie dann geschossen? Ein Reflex. Wieso wartest du? Ich bin Polizist. Ich ermorde niemanden hinter uns. Das haben wir gemeinsam. Nein, das glaube ich kaum. Ich bekämpfe Verbrecher wie dich. Ich habe geschworen, dass du mir nicht entkommst. Dann bring mich um. Ich werde nicht ins Gefängnis gehen. Wo immer er auch ist, ein Tal ist bei ihm. Er will uns beide aushalten! Oh! Ah! Ah! Wir könnten Freunde sein. Du bist kein echter Polizist. Und du bist kein echter Killer.